Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, dass ich dem MCI zu seinem 25-jährigen Jubiläum gratulieren darf. Vor 25 Jahren wurde das MCI mit einem Studiengang und 86 Studierenden gegründet. Heute belegt der eingeschlagene Weg die Vielfalt des Bildungsangebotes und die große Anzahl an Studentinnen und Studenten in eindrucksvoller Weise den großen Erfolg des MCI. Er ist das Resultat jahrelanger harter Arbeit und einer unternehmerischen Vision, die mit viel Weitblick rund um Rektor Andreas Altmann konsequent umgesetzt wurde. In den vergangenen 25 Jahren hat sich das MCI als Bildungseinrichtung international einen erstklassigen Ruf erarbeitet, denn das MCI zählt weltweit zu den führenden Fachhochschulen. Zudem hat das MCI maßgeblich dazu beigetragen, dass sich das Konzept der Fachhochschule als wichtige Säule des tertiären Bildungssystems in Österreich erfolgreich etablieren konnte. Es freut mich, dass die Industriellenvereinigung Tirol als Gründungsmitglied des MCI Teil dieser Erfolgsgeschichte sein durfte. Die Kombination aus wissenschaftlicher Ausbildung und praxisnahe Wissensvermittlung ist aus Sicht der Industrie eine wichtige Voraussetzung für junge Menschen am Arbeitsmarkt. Davon waren wir bereits vor 25 Jahren überzeugt. Unsere Erwartungen wurden in jeder Hinsicht erfüllt. Viele junge Menschen konnten nach ihrer Ausbildung am MCI eine erfolgreiche Karriere in der Industrie starten und leisten heute einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Tirol. Die hervorragende Zusammenarbeit mit der Tiroler Industrie und die vorzuweisenden Erfolge wie beispielsweise in der angewandten Forschung sind ein Beleg dafür, wie wichtig diese Symbiose zwischen Wissenschaft und Unternehmertum ist. Zahlreiche Innovationen heimischer Unternehmen konnten nicht zuletzt aufgrund dieser Kooperation erfolgreich am Markt umgesetzt werden. Dafür möchte ich mich im Namen der Tiroler Industrie herzlich bedanken. Dass das MCI auch für die nächsten 25 Jahre bestens aufgestellt ist, zeigt sich durch die Vielzahl an zukunftsweisenden Studiengängen, die in den letzten Jahren neu geschaffen wurden, beispielsweise im Bereich der Digitalisierung. Damit ist das MCI absolut am Puls der Zeit, denn besonders Ausbildungen in der Art zukunftsträchtigen Bereichen werden im internationalen Wettbewerb nicht nur für unsere Tiroler Unternehmen immer wichtiger. Mein Dank gilt auch den Unterstützern des MCI, allen voran dem Bund und dem Land Tirol, die den wirtschaftlichen Betrieb des MCI durch ihre finanzielle Unterstützung langfristig absichern. Im Namen der Industriellen Vereinigung Tirol bedanke ich mich für die hervorragende Arbeit der letzten 25 Jahre und freue mich auf viele weitere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit.